Was geht ab, Leute? Ich wollte mich heute einfach mal hinsetzen und euch erzählen, wie meine Experience in Rainbow Six so die letzten Wochen gelaufen ist. Ich bin mir nicht sicher, ob es an mir liegt, aber das Game ist im Moment für mich absolut unspielbar. Naja, abgesehen von sowas hier... Keine Chance! Keine Chance! Habe ich die letzte Zeit das Gefühl, dass es bei mir einfach nicht mehr reingeht? Und habe ein paar lustige Clips gesammelt, die wir heute zusammen einmal anschauen werden. Fangen wir ganz leicht an und schauen uns den Clip an und gucken, was da falsch ist. Einer kommt 90s, das ist der Bug. Er ist drinnen und auch. Können wir erzählen, wie das kein Hit war? Ich gebe es auf. Ich gebe es auf. Wenn das kein Hit war, dann heiße ich Michael Jackson. Na gut, ich gebe es zu. Vielleicht war ich da nicht ganz drauf. Allerdings kassiere ich solche Tode. Nein, das war nicht drauf. Das war nicht drauf. So. Was? Wie bin ich da gestorben? Auf die Art und Weise verrinke ich seit den letzten Wochen non-stop. Aber wenn ich jemanden erschießen will, dann sieht das so aus. Was? Ich war drauf. Ich schwöre auf. Alles was meinliches war drauf. Ich habe die gehittet, aber die hat kein Damage bekommen davon. Sogar in der Killcam habe ich den Hit-Sound von ihr gehört, aber die hat einfach kein Damage genommen. Es liegt close, I'm bringing. Close, I'm bringing. Was? Ich weiß nicht, ob im Moment die Hit-Rack einfach im Arsch ist. Ob ich einfach eine Pechsträhne habe, aber das Game geht im Moment so dermaßen auf den Sack. Ich werde auf jeden Fall eine Pause von dem Game anlegen. Ich bin gerade so krass gebrochen. Das Ding ist, ich habe recht viel vorproduziert. Das heißt, ihr werdet auf YouTube vielleicht gar keine Unterbrechung merken. Aber auf Twitch merkt man es dann halt, weil ich da wahrscheinlich ein, zwei Wochen nicht streamen werde. Egal, ich hoffe mal, das wird in nächster Zeit ein bisschen besser. Wir freuen uns ja alle auf die neue Season mit dem guten neuen Content. Ihr wisst bescheiden, nächste Season kommt kein neuer Operator und keine neue Map. Also ja, viel Spaß bei dem restlichen Video. Ich wollte euch einfach nur zeigen, was ich im Moment ein bisschen gesammelt habe. Viel Spaß. Und hier ist Black Eyes hier, dann wird das ein Win. Alpha Pack Error. Oh, das sieht nicht gut aus hier an das. Probe, die Serse für dich zu halten. Ah, bin blind. Ja, da. Oh, das war eine Leiche. Oh. Ja, die haben die Bandits weg vom Bridge. Ja, ich muss da unten sein. Kommt Red hoch. Nein, der ist Inside. Bei Red, der ist bei der Rotation. Scheiße, das hätte ich haben können. Nein! Das hätte ich haben müssen. Fuck, man. Nein, wie Unlucky, Digga. Er zwingt ihn. Nein, wie Unlucky, wirklich. Hätte ich den noch gehabt, wäre es sexy gewesen. Unzeit. Ich war Unzeit. Alter! Marvin! Erzähl mir doch einmal, ich habe kein Pech in dem Game. Das ist crazy, Janis, wirklich. Also, du müsstest um es oft eigentlich anzeigen dafür, bin ich dir ehrlich. Wenn eine 1-1er-Kadene, eine 0-1er-Wund-Loss haben ist. Das soll ich machen, Marvin. Nein, das Game verarscht dich aber. Also, bin ich dir jetzt mal ehrlich. Das ist ja nicht normal. Das Matchmaking ist ja dafür da, dass sowas nicht passiert eigentlich. Aber ich habe ja, das Matchmaking mir halt nicht vor, dass ich mit euch spielen muss. Janis kommt aus Kupfer 5 nicht raus. Das ist heftig. Das ist so krank. Ich komme darauf ehrlich nicht klar. Danke für die Öffnung, die war gut. Du kannst immer einen Hold Big Tower. Der hat das Schild weg. Der hat das Schild weg. Wir kommen plant. Nein, ich habe falsch gespielt. Watch out, maybe to your right. Rechts hin, rechts hin. Links. Rechts im Flur jetzt. Digga, der kam da durchgespeedet. Das ist unlucky. Es ist der Biskuit, Mann. Ich sage dir doch, mein Timing ist einfach ass heute. Nicht heute, diese Woche, dieses Monat, dieses Leben. GG. Also, das ist, glaube ich, das bodenloseste Matchmaking, was ich lange gesehen habe. 16, 3er und die anderen machen 0 und 1 Kill. Oh, wenn das nicht so auch so wird, dann bin ich immer traurig. Hä? Dann steht da halt am Ende 200 gespielt, ich spiele Kupfer 4 und? Ja, aber verdammt. Ich kann der Zeit auch was anderes machen. Aber das ist was, was wir niemals vergessen werden. Ich werde das öffentlich schnell vergessen. Alpha-Pack-Fehler. Nicht mal mein Alpha-Pack geht auf. Das ist so heftig, wirklich. Er kommt nicht aus Kupfer raus. Ey, wie viele Matches hast du gemacht und bist immer noch Kupfer 4? 12. Nach 12 Games bist du immer noch da, wo man eigentlich nach einem Win ist. Ich habe 12 Spiele gespielt und 10 Niederlagen. 10% Siegespräch. Der Vordergang ist komplett klar. Einer Piano, einer, äh, warte, ist er Hafer. Oh mein Gott. Crazy Timing, ich schwöre. Ich glaube, wer ist das Marvin gewesen, gerade wenn er gestorben ist. Da haben wir rausgegangen. How the fuck are you still alive? Wo ist der Marvin? In Mar. Ich glaube, der robbt sich. Ich glaube, der robbt sich. Vielleicht ist er down. Ich glaube, der ist down. Ich habe muss T-Shots gemacht. Vielleicht ist er down, ich weiß nicht. Mach keine Klemmer. Wo sind die? Ist jemand bei euch da unten? Ab einen. Halt deine Fresse, Junge. Ich calle 3, 2, 1, ich calle. Ein. Mach's okay. Wo höre ich das? Mein Gott, das ist jetzt eine Pistole, haben wir euch geschockt, dann raus. War ein random, ich brauche mich, jeder macht seine eigene Scheiß. Ich call den, alles warte kurz. 3, 2, 1. Nein, mach nicht, mach's. Westman, auf Westman. Kriegt er nicht, vielleicht. Wir haben das an. Was? Was? Wo geht denn mein Schuss hin? Okay. Ja, du darfst, ich darf nicht. Man muss alles negativ sehen. Ich schwöre, das Game hasst mich gerade. Kratz. Ob ich was auf Stairs, Bruder? Da? Nein. Wie soll ich das auf den Stairs gehört? Die haben den Monty noch. Kannst du den verbrennen, PDD? Du hast genug eigentlich, um ihn zu verbrennen. Lass es mal noch. Du darfst du nicht den Defuser verbrennen, ne? Sonst kannst du nicht, äh... Ja, bestimmt auch von der anderen Seite guckt die. Ja, die ist safe kitchen. Oh, Gott. Da ist ein Monty, da ist ein Monty, da ist ein Monty ja tot. Ja, ich dachte das auch. All Friendlies were eliminated. Mission Failure. Ja. Der Typ war halt nicht mal gut. Kann sie aber brechen, ne? Einer bricht das, einer Marven. Marven, mach schon, mach schon. Was ist denn das? Aber ich konnte nicht sehen. Ich hatte einen Schlitz gehabt. Na, das Game ist... Das Game ist Bullshit. Das Game ist so richtig, richtig Cap, Alter. Warte, warte, mach dich auf. Das Fenster in Ruhe, mach dich auf, mach dich auf. Der sitzt an der Ecke, close links. Der liegt close... Hä, wo ist der das? Oh, sorry. Alles gut. Okay. Jetzt muss mir einer doch mal eine schriftliche Abhandlung halten, dass ich kein Pecher bin im Game. Das hat er gezeigt. Ja. Er sitzt in der Ecke in der Shotgun. Ja, der ist ein kleiner Huch und so. Der steht da Widgets ab, klar. Wo Mute und Smoke spielt man so. Mach mal hier auf, damit ich nicht drohen kann. Okay. Wie soll das das Mute-Dings nicht erwischt? Die Diffuser ist nicht mehr in deinem Bezug. Die Diffuser ist nicht mehr in deinem Bezug. Der Diffuser ist nicht mehr in deinem Bezug. Die Diffuser ist nicht mehr in deinem Bezug. Untertitelung des ZDF für funk, 2017